Seminar, sehr gut, sehr anstrengend, in der Praxis sehr hilfreich. Ich habe es gern gemacht, bin froh, dass ich es machen darf und ich bin der festen Überzeugung, dass es mir für die Praxis sehr viel Sicherheit bringt und es war ein schöne Doktor in Oli. Ja, kann ich dem anschließen. Es war sehr, sehr praxisrelevant. Es sind viele Fälle besprochen worden, die vielleicht wirklich im Echten auch so stattfinden. Und was ich ganz besonders hervorheben möchte, ist so das Thema, dass man es testen hat können. Und zwar testen, nicht am eigenen Mitarbeiter, sondern an einer gefällten Person. Das war wirklich ganz klasse. Ja, mir geht es gut. Das Seminar war echt super. Das ist mein Erstführungsseminar. Aber ich möchte sagen, auf jeden Fall hat mir das wahnsinnig viel gebracht. Ich stehe jetzt auch gerade noch am Anfang. Von daher fühle ich mich absolut hilfreich. Es war sehr kurzweilig, trotzdem auch anstrengend. Aber ich würde es Ihnen weiter empfehlen. Wie ich hergefahren bin, habe ich nicht gewusst, was wir in diesem Dreieinhalbtag machen, machen soll, wie wir die Uhr bringen. Und am Samstagmittag kann ich sagen, die Zeit ist brutal schnell vergangen. Das Seminar war kurzweilig, praxisnah und Komplimentler an die Gruppe. War eine schöne Zeit mit euch alle mehr machen. Mir geht es auch gut mit dem Seminar. Was mir ganz gut gefallen hat, war, dass der Herr Steuers es geschafft hat, das Thema Führung greifbar zu machen durch die Praxisbeispiele. Für mich ganz wichtig, dass wir es eben an den Seminarteilnehmer gegrügt haben und eben nicht an den Mitarbeitern unsere ersten Gehversuche herausbewerten haben. Ich danke nochmal dafür. Was mir an dem Seminar super gefallen hat, war, dass die Theorie in Kürze aber trotzdem prägnant vermittelt worden ist und dadurch sehr, sehr viel Zeit für praxisnahe Gespräche Zeit blieb, die wir dann auch ausgiebig besprechen konnten. Und da habe ich eigentlich ganz viel daraus mitgenommen. Danke. Mir hat das Seminar auch sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen. Ich kann auch in der nachfolgenden Zeit noch sehr viel umsetzen und muss das auch rekapitulieren. Und das, was ich da erfahren und gelernt habe, auch nachhaltig einzusetzen. Und ich finde es auch sehr gut, dass die Fälle so praxisnah sind, sodass man jetzt für die Praxis auch gut eingestellt ist für kommende Gespräche. Mir geht es auch gut. War ein sehr schönes, sehr gutes Seminar. Spitzen-Dozent. Und ich würde sogar sagen, das ist nicht nur praxisnah, sondern das ist praktisch die Praxis. Danke. Mir geht es auch gut. Ich bin auch eher gefahren mit gemischten Gefühlen, weil ich wusste, was mich wirklich erwartet. Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen, sei es von der Gruppe oder auch vom Dozenten an sich. Ich fand am besten mit diese Praxisfälle und auch das Feedback sowohl von der Gruppe als auch vom Seminarleiter, kann ich viel mit nach Hause nehmen. Dankeschön. Vielen Dank.